wir sitzen gerade beim frühstück und ja das ist immer echt reichhaltig hier da kann man wirklich nicht meckern leckerer früchte teller und heute gibt es sogar mal avocado wir stehen ja so auf avocado ja das was uns ist das mal schmecken und dann geht es heute aber auch schon wieder weiter wir sind gerade eine halbe stunde gelaufen noch mal schnell was zu posten wir gleich müssen zum bus aber eins sollen wir uns nicht nehmen lassen noch einmal ein blick aufs meer werfen da oben da ist heute so wenig los wie eigentlich unter der woche oder in der woche da war nicht viel los aber hier unten jetzt heute ist sonntag ist jetzt am frühen morgen schon die hölle los wahnsinn ja die ganzen einheimischen weil touristen sind hier wirklich nicht viele jetzt gepackt und ja satteln gerade die pferde und da geht es ab zur busstation wir haben jetzt hier in der busstation unsere tickets bekommen und jetzt geht es ab in den bus der ist nämlich schon da jetzt geht es fast in den bus aber auch so genial man muss das gepäck selber einladen und ja jetzt stehen die leute jetzt schlange warum auch immer weil jeder hat einen platz reserviert aber die leute warten trotzdem wie die verrückten vor der tür das gibt es kein morgen so wir sind jetzt wieder in havana angekommen und ja wir haben den bus 20 guck bezahlt zusammen 10 pro person die fahrt ging auch recht eigentlich ganz zügig und war ganz bequem kann man sagen und ja danach gerade direkt weil die taximafia wieder zuschlagen wir sind letztens soweit gefahren hier durch havana für 10 guck und jetzt war das ein drittel und die wollten auch 10 guck haben und der nächste hinter wollte sogar 20 haben und nicht für einen sondern pro person ich dachte ich will auch nicht ein taxi kaufen manchmal ist das immer gut wenn man ungefähr weiß dass das kostet und ja die ignorieren dass du noch einfach wenn man sagt viel zu viel drehen sich einfach weg weil die wissen ja der hat halt ein bisschen ahnung irgendwo werde ich meinen blöden schon finden ja so ist es leider jetzt machen wir uns zu fuß auf den weg auch wenn es gute drei kilometer vielleicht sind oder nicht mal weniger werden wir schon schaffen so wir sind jetzt fast da wir denken da vorne ist es ja wahrscheinlich schon und wir haben den ganzen weg zu fuß geschafft hier 163 ja so we made it angekommen und ja auch wir müssen unser geld zusammenhalten deswegen haben wir dann doch heute mal den fußmarsch vorgezogen ja weil die uns weil die halt rüsten ständig abziehen so ist es und geld wird auch nicht in sekunden verdient von daher dafür böse nass geworden da wären wir jetzt die letzte unterkunft unserer kubatrotterrundreise und die ist riesig also das zimmer an sich ist eigentlich nicht so groß hier vorne ist der schrank klimaanlage bett sitzgelegenheiten ja und hier fern sind so ein schränkchen aber dafür ist das riesig hoch das ist so hoch unglaublich ja und hier vorne ist unser badezimmer einmal um die ecke so sieht es aus ganz cool eigentlich so weil auch echt hoch und groß nur ein bisschen blöd hier vorne die haben wir so ein barbereich und alles und wenn wir das bad nicht nutzen dann kann jeder durch diese schwingtür gehen und nutzt das dann auch aber sonst sehr cool wir haben auch wieder einen freund gefunden der uns die ganze zeit begleitet ne ja Ungologen, der läuft jetzt bestimmt schon über eine dreiviertel Stunde neben uns her und weicht uns nicht von der Seite. Was ist so süß. Und hier ist er da voll das coole Taxi. So geil. Leute, irgendwas läuft hier schief. Das ist glaube ich die Katzenflüsterin. Ihr kennt ja meine Katzenallergie. Manchmal stärker, manchmal weniger. Aber ich glaube hier traue ich mich mein lieber nicht zu nah dran. Werden auch irgendwie immer mehr. Oben stand auch gerade noch einer auf der Straße. Da stehen wir gleich für die Hände. Riech ja Atemnot. Na du. Die Katzenflüsterin und der Allergiker sind zurück in der Unterkunft und ja, wir wollten euch ja noch ein Fazit zu Kuba geben. Und das fällt an für sich sehr positiv aus. Also die Reise auf jeden Fall hat uns sehr gut gefallen. Kuba ist einfach ganz anders als alles was wir je gesehen haben und als man glaube ich auf der ganzen anderen Welt erwarten kann. Ich denke so ein Ort wie Kuba wird es einfach nirgendwo mehr geben. Ja, also es ist eine Reise wert. Ja, das ist unbescheidlich. Wir suchen so eine Zeitreise auf jeden Fall. Und ja, einmalig einfach. Die Autos. Die Häuser. Die Häuser. Die Musik. Also es läuft oft Musik. Ne? Das gefällt uns sehr gut davon. Wobei man da wieder sagen muss, zum Beispiel das was wir vorher im Internet über Kuba gesehen haben oder im Fernsehen, in den Reportagen. Die Leute werden immer so lebensfroh dargestellt, als wenn hier jeder auf der Straße tanzt abends mit seiner Havanna da sitzt. Sonst gibt es auch, aber im Großen und Ganzen sind die Menschen anders als in den Medien dargestellt. Das haben wir persönlich jetzt so empfunden, muss man wirklich sagen. Also wir haben wenig Leute gesehen, die auf der Straße getanzt haben. So richtig. Von sich aus so. Wenn eine Band gespielt hat, so Leute zum Anheizen sage ich mal, die gibt es dann vielleicht schon. Aber sonst ganz anders als wir es einfach so vermutet hätten durch die Medien. Das wird irgendwie anders dargestellt. Und genauso der Fakt, dass erzählt wird in der Medienreise jetzt schnell nach Kuba, weil das Kuba, was es gerade gibt, wird es nächstes Jahr nicht mehr geben. Sonst sind die Oldtimer weg. Genau. Also es wird Ewigkeiten dauern. Die Menschen haben gar kein Geld, sich moderne Autos hier zu kaufen. Also klar, mit der Zeit verändert sich jedes Land ein bisschen. Alles wird nur moderner. Aber irgendwie sind die Kubaner auch sehr stolz einfach darauf, wie sie aus eigener Kraft, wenn man sich ein bisschen auskennt hier wegen dem US-Embargo und so, aus eigener Kraft so ein Land und so ein System aufgebaut haben. Und das merkt man auch. Also sie sind sehr selbstbewusst auf jeden Fall. Ja, sehr selbstbewusst. Manche sind aber auch sehr eingebildet, muss man sagen. Natürlich nicht, da kann man jetzt alle über den Kamm stellen. In Deutschland gibt es auch eingebildete Menschen, auch selbstbewusste, aber auch genau in andere Richtungen. Überall in der Welt gibt es sowas. Nee, deswegen wollten wir euch das so sagen, dass es wirklich den Mix hier gibt. Und ja, an und für sich über den Kamm geschoren, so aus unserer Sicht die Reise war einfach ein Erlebnis, weil ich denke wirklich, dass wir das, was wir hier gesehen haben und erlebt haben, nirgendwo anders mehr sehen werden. Ja. Das ist einfach so. Wir hätten es uns so auch nicht vorgestellt, irgendwie anders, aber ich denke jeder, der schon mal hier war, der kann einfach nachempfinden, was wir gerade sagen und jeder, der noch nicht hier war, der kriegt entweder Lust oder nicht. Aber ja, uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Genau. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr Lust habt, nach Kuba zu reisen. Oder wie halt eure Erfahrungen waren hier. Ja, oder das, genau. Weil bei uns ist es auch einfach so, ja, während der Reise so ein Gefühlschaos. Alles war irgendwie so, ja, Kuba halt. Also, ja, wenn ihr hier wart, ihr wisst ja, was ihr meint. Ja, so ist es. Das ist unser Fazit zu Kuba. War eine coole Sache auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne von den tollen Autos welche mitgenommen. Die sind echt genial hier. Das ist der Hammer, ja. Muss man schon sagen. Ja, das ist einfach so, ja, das gibt es nirgendwo anders mehr. Einzigartig. Ja, und morgen geht es jetzt nach Mexiko. Mexiko. Genau. Da können wir unsere Spanischkünste dann zum Glück weiter einsetzen, kommen dann auch da voran. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wir fallen jetzt todmüde ins Bett. Und dann gute Nacht. Ciao. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Flugzeug, wenn du fast den Flug verpasst. Und bitte zum Glück. Bis zum nächsten Mal.